Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz, Superhelden! Peppa und Schorsch gehen heute ins Kino, um den Superkartoffelfilm zu sehen. Superkartoffeln, holt euch! Superkartoffeln hier! Oh, dürfen wir eine Superkartoffel haben? Bitte, Papa! Ist die aus Plastik, Herr Fuchs? Viel besser sogar, sie ist aus Kartoffeln! Sie ist aus Kartoffeln? Ja, es ist eine Kartoffel! Nun, in dem Fall, zwei Kartoffeln bitte. Bitte alle die Plätze einnehmen, der Film fängt jetzt gleich an. Oh! Ach, möchte jemand nochmal zur Toilette? Nein, Mama Wutz! Gut, dann lasst uns reingehen. Das ist das Kino, in dem der Film gezeigt wird. Hallo, Luisa! Ich hab ne Superkartoffel! Ich hab Mrs. Möhre! Hilfe! Rette mich, Superkartoffel! Superkartoffel! All zur Rettung! Psst, Peppa! Der Film fängt doch jetzt an! Und da geht der Film auch schon los. Superkartoffel, der Film! Hurra! Sehr weit weg im Land von Obst und Gemüse gibt es ein Problem. Hilfe, mein Fuß steckt fest! Zu Hilfe, wer rettet uns? Irgendjemand muss Superkartoffel herbeirufen. Superkartoffel! Superkartoffel! Hab ich hier meinen Namen gehört, da? Hurra! Möge die Gemüsemacht mit mir sein, hier bin ich! Du bist mein Superheld! Hurra! Mama, ich muss mal zur Toilette. Okay, dann mal schnell. Sorry. Entschuldigung. Frau Mümmel ist im Vorführraum. Ist hier die Toilette? Nein, Peppa, hier steht der Projektor. Was ist ein Projektor? Damit spiele ich den Film ab, den ihr gerade seht. Siehst du? Oh ja! Da ist Superkartoffel! Stell dir vor, ich sehe Superkartoffel sechs Mal am Tag. Boah! Ich wäre auch gern eine Superheldin. Für uns sind Sie eine Superheldin, Frau Mümmel. Sie machen all diese wichtige Arbeit. Ja, ich habe gerade die Toiletten geputzt. Sie sind eine Etage tiefer links. Dankeschön, Frau Mümmel. Beeilt euch. Miss Möhre muss gleich wieder gerettet werden. Jemand muss Superkartoffel herbeirufen. Superkartoffel! Superkartoffel! Hab ich hier meinen Namen gehört, da? Ich bin schon unterwegs, da? Hurra! Peppa und Mama Wutz kommen von der Toilette zurück. Was ist denn passiert? Miss Möhre steckt gerade im Schlamm fest. Möge die Gemüsemacht mit mir sein. Hier bin ich! Du bist mein Superheld! Ja! Wenn ich groß bin, werde ich auch Superkartoffel. Jetzt kommt gleich der Musikteil. Obst und Gemüse machen uns stark. Denk immer dran, Unis fünf am Tag. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, Bühne frei für Superkartoffel. Möge die Gemüsemacht mit mir sein. Ich bin tatsächlich hier. Hurra! Hat euch der Film denn gefallen, Kinder? Ja! Zeig uns, wie du fliegst. Wie ich fliege? Schaut mal her! Bin ich ein Vogel oder ein Flugzeug? Nein! Ich bin Superkartoffel! Oh je! Superkartoffel steckt in der Kinodecke. Hilfe! Jemand muss Superkartoffel rufen. Das ist Superkartoffel. Schnell, ruf die Frau Mümmel. Frau Mümmel! Frau Mümmel! Frau Mümmel! Frau Mümmel! Hab ich da meinen Namen gehört? Hilfe! Oh, ich bin schon unterwegs. Ja! Hilfe! Hilfe! Frau Mümmel sitzt in ihrem Rettungshubschrauber. Einsatz für Frau Mümmel! Juhu! Hilfe! Frau Mümmel hat Superkartoffel gerettet. Wow! Wenn ich groß bin, möchte ich gern wie Frau Mümmel sein. Frau Mümmel, Sie sind meine Superheldin. Frau Mümmel ist eine Superheldin. Wow! Bäh, Perutz! Bäh, Perutz! Bäh, Perutz! Bäh, Perutz!